Hallo liebe Löwenfans, wie ihr wisst, werde ich jetzt im Sommer den Verein verlassen. Ich hätte mich natürlich liebend gern von euch auf dem Spielfeld verabschiedet. Das geht jetzt natürlich in dieser heutigen Zeit nicht. Deshalb ein bisschen der ungewöhnliche Weg. Ich wollte euch nur sagen, ich war sehr froh und sehr stolz darauf, Teil der Löwenfamilie zu sein. Ich habe sehr schöne Momente hier erlebt. Ihr habt uns immer super unterstützt, dafür sind wir sehr dankbar. Meine Familie und ich haben uns in der Region hier immer sehr wohl gefühlt und jetzt heißt es leider Abschied nehmen. Ich bin sicher, wir sehen uns wieder spätestens nächste Saison. Ich wünsche euch weiterhin viel Glück, viel Erfolg und alles Gute.